Nein! Nein, ich kann nicht so weit schießen. Ich triff deinen Scheiß damit. Hab den einen erwischt, glaub ich. Natürlich hast du ihn nicht erwischt. Ich hab ihn getroffen, aber nicht getötet. Da hinten! Sind im Haus drinnen. Oh, Pitch please. Sohle. Ah, Panzer! Sniper, Panzer und Tubers. Ach, Mann ey. Das ist schon ein Traum hier. Ja, normalerweise gewinnen wir immer. Haha, genau. Schneller. C. Tut weh. Was? Oh ja. Sitzt er wieder irgendwo in der Ecke. Oh, F2000 ey. Weil er nicht durch dieses Scheiß Loch gerutscht ist. Mein Gott. Eva, wir verlieren. Wir verlieren in eine Tour. Ey, ja, von überall her. Was soll der Kack? Ich fühl dich zu Tode. Nein, oah. Überall Sniper, überall Panzer. Saiga 12 K. Loll. Ja, wenn wir auch mal sowas wie Schützenpanzer hätten, wär's auch vielleicht mal ein bisschen einfacher für uns. Gibt's nicht. Schnau Es ist dauernd nachfahrend mit der Köcke Waffe weil die so wenig Munition passt Ah ja, was? Was? Headshots Aus dem Licht Premium natürlich Hier rumspringt, wie bei Kotel Ja Okay, dann nehme ich jetzt wieder LOL LOL, what the fuck? Ich hab grad wieder meine Spahn, du bist einfach gestorben. Wurdest du rausgeschossen, oder was? Ne, ich leb doch noch die ganze Zeit. Das war extrem Reis bestimmt. Extrem Reis? Keißer Rage, aber ich nenn jetzt mal Reis. Störpanzer. Wow, das war... Fast gegen den fucking Kran. Oh nein. Das war's. Raus. Ich bin so'n Zacker. Was? Ja, hm. Oh, ich spring raus, ich werd sofort abgeschossen. Das geht doch nicht. Es ist unmöglich. Es geht alles. Nein. In diesem Spiel ist alles möglich. Da dachte ich, das wäre besser als... Ne, das ist überhaupt nicht. Kein Deuter. Ich will den Heli fliegen. Das war Fail. Oh, verratete Tast, ich hätt doch grad C4... Oh nein, ey. Okay. Okay, jetzt, äh... Super-Uber-Tech-Mode aktivieren. Ja, ja. Schon klar. Ja, ich tötere euch jetzt alle. Oh. Machst du jetzt wieder den Sniper? Nee. Da hinten fällt irgendwas rum. Wow. Oh, man! Es ist ein Traum. Ähm... Wieso Sniper? Soll ich Sniper wieder nehmen? Nee. Doch. Willst du wieder irgendwo hinten hängen? Ich schleiche mich an den Panzer heran und versuche ihn zu sprengen. Vor dir ist einer, ja. Irgendwo. Ich messer dich, du Affe. Schneller, renn, renn, renn. Ich messer dich von der hinten. Ja. Zack. Bäm. Ja, schön. Ich bin gestorben. Hab das Feuer auf mich gelenkt. Premium. Oh, ey. Ich hab's daneben geworfen. Komm. Komm. Ja, jetzt explodier, explodier. Bäm. Ah, gut. Kampferfähig, ja. Ich bin wieder in der Viper. Ich glaub, ich hab kein C-Tid mehr. Oh, frisst es doch einfach mal. Ey. Nee. Da hast du doch keine Chance mit Helix oder so raus. Es sind tausende von Stingern und Javelins. Was weiß ich, was dir entgegenkommt. Herrgott, ey. Ja, hallo, ich brauch meine Abholung. Gibt's nicht. Ist hier irgendwo eine Karre? Deswegen ruf ich ja. Mit feindlichen Jett gesichtet. Over. Gerne. Was? Scheiße, feindliches Flugzeug im Anflug. Ah. Das meine ich. Die fehlen hier einfach durch mit ihren Fahrzeugen. Hast du keine Chance. Feuer. Ja. Warte. Jetzt aussteigen. Sniper ich die Hunde gleich weg. Ich sprenge ihn jetzt. Wenn ich schon verletze. Hätte ich nicht vorher sterben würde. Iol. Iol. Jetzt ist hier vier drin. Äh. Dräume. Achtung. Das Einsatzziel war neutralisiert. Sorge. Mh. 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 Harte auf. Nee. Au. Das ist mit Zippsfeuer. Zu spät. Naja, ich habe einen gehinged. Ja, 5%! Ich brauche manchmal mit der Sniper jetzt sogar 3 Schüsse. Damit er kapiert. Ich schieß mit dem Typ 44 oder wie das heißt. Präziser als mit der Sniper. Ach siehste, ich habe PP 2000. Was? Oh nein, gemessert. Ja, ich habe es gerade schön gesehen. Demütig. Du homo. Sniper, dann leg ich mich irgendwo hin. Was haben wir mit? Ja, ich schieße 12 oder was haben wir mit. Oh nein, jetzt bin ich falsch eingestiegen. Mann, ich werde schon wieder überall beschossen. Ich komme mit dem Boot der Macht. Ist nicht mehr mit dem Boot der Macht. Damit töte ich euch jetzt alle. Lul, hä? Ach, ich dachte er stand auf der Brücke. Oh Mann! Das ist ein Traum. Vor allem aus nächster Nähe mit dem Granatwerfer getötet. Ich auch nicht. Doch, ich glaube ich bin ja an der Granate an sich gestorben. Ja, schön. Hier sieht man mal die Kompetenz unseres Teams. Wunderbar, es ist ein Traum. Oh mein Gott. Wo kommt das her? Was ist das? Ja, Schützenpanzer. Endlich. Ja, jetzt sitzt es drin. Biss ich. Oh. Jetzt kommen sowieso tausende von Javelins, ne? Aber ich habe ja diesmal hier auch drin. Nochmal mache ich nicht den Fehler. Auf die Nacht suche ich diese fucking Waffe gestorben. Ja, vorder, schnell. Der Rest von mir her. Was? Verdammt. Da ist er links. Ich muss erstmal rum hier mit meiner Karre. Ja, schnell. Oh. Ja, gut. Sehr schön. Wo ist denn jetzt hier überhaupt was? Jetzt sterben sowieso gleich alle. Ja, meine Karre ist geschrott. Oh, ich bin der Sniper. Ah. 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 Ha. Ah. Ah, nein. Nein. Ein Ticket haben wir noch. Und gleich. Oh. Wegen dir sterben wir jetzt. Weil dein Ticket hast du gerade verbraucht. Ja. Ich hab jemand verloren. Ah. Wunderbar. Ah. Ne. Ach, es wurde. Ne. Schön, schön. Ich hasse es einfach. Das war fail. Das war schlecht. Wir sind nie aus dem Arsch gekommen. Wir sind ja nicht rausgekommen. Ja. Ja. Wieso nicht ey. Wie viele Schützenpanzer die hatten. Echt. Überall sind die rumgefahren. Überall waren sie. Ja, können wir jetzt nochmal spielen? Wie wohl, wo mein Ping jetzt schon wieder hält. Wahrscheinlich ist es ja bei 50 oder so. Soll ich mal besser aufs Internet? Sollen wir jetzt nochmal spielen? Ja. Ja. Ich spiele jetzt noch ne Runde, denn... ist die Zeit mehr als nur rum. Och. Nochmal. Ich habe im Filter eingegeben. Kartenrotation. Ey. Nein. Was spiele ich denn jetzt? Ich spiele immer... immer, immer, immer zu. Zu Kacke. Einfach nur zu Kacke. Nein, verdammt. Schnell Jeep. Pisse ich mal. No Stats Padding. Könnt ihr mal meine schönen Fahrerkünste sehen? Hm. Zum Kötzen. Ich habe schon wohl noch kein Fahrradkreuz. Null. Mann, ich komme nicht hoch genug. Bäm. Nicht schlecht. Ja. Wirklich nicht schlecht raus. Du bist... Du bist... so... zu nichts wie brauche. Schnell. Geh. Wir brauchen ein paar Punkte. Ja. Freut ich ja sowieso hin. Ja, ja. Das glaubt man. Du hast das Bus wieder schnell verpisst, wo auf uns geschossen wurde. Feigling. Hast du geschissen? Ich bin, äh, am gernvollsten von uns allen. Ja. Gibt doch... Premium. Thomas Akkugel. Ich sag einfach nur noch Premium. Ah, Granate! Mann, wo ist denn der? Ich glaube, der hockt hier auf dem Dach drauf. Da ist die dumme Sau. Hilfe, Sniper. Medik. Von überall her. Medik! Die, ach so. Mein Gott! Au! Rein in mir! Ih, die hocken da irgendwo auf dem Dach. Wollte ich grad noch nicht sehen. Aber wo denn bitte? Wohl, die fahren hier mit dem Boot durch den Kanal. Klar, warum nicht? Ein Jeep kann da durchfahren und ein Boot kann da durchfahren. Das ergibt doch Sinn. Ja, hm. Die machen uns platt. Die ziehen uns aus. Nackt. Nackt. Hallo, du solltest du markieren. Manchmal klappt das nicht. Ja. Halte ruhig, Bus. Schnell zu C. Begrenzte Anzahl an Markierungen, die man machen kann. Du musst erst warten, bis die andere wieder abläuft. Ja, hm. Na, so kommt es mir manchmal vor. Dass ich immer bloß ein Fahrzeug markieren kann. Oh nein. Was ist das? So ein scheiß Transporter. Ach so, ja, toll. Mich kann er nicht erwischen. Ich muss einfach nur ganz dicht hinter mir herlaufen. Schnell. So, wo bist du? Schnell. Schnell. Schnell kommen. Ja. Hilfe, Medik. Ich hab nur noch... 7 HP. Hier sieht mich keiner.